Musik 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 Es ist so, wenn Sie die Füße über Katakare und die Katsikare, die kennen Sie, und die beiden nicht verbrechen, dann kann es passieren, dass die beiden sich zusammen zuschütteln und sich alles verbrechen haben. Aber ich muss doch überhaupt nicht beinig sein, das ist nämlich ganz normal. Aber ihr müsst aufpassen. Die Füße kann man nicht unterbrechen werden. Wenn der Katakare und die Katakare nicht aufpassen, dann gibt es nach acht Stunden Wochen eine große Überraschung, weil dann im Mauch von der Katakare Babykatzen gewachsen sind. Da haben wir einen tollen Herz dazu. Seid mal Puscheln geschlagen ins Fuß, sonst hast du so Prixi und Fuß. Und da auch bleibt bei Puscheln vorher auch schon richtig und es ist die Katze nicht richtig. Aufpassen beim Puscheln, ne? Habt ihr das alles verstanden? Ja. 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 Das ist ein schönes Ding. 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 Das ist ein schönes Ding.